Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Risen 2. Wir sind jetzt im 99. Part und wir werden die Schatzinsel betreten. Hallo Patty. Am besten wir gehen Schritt für Schritt vor. Guck doch mal, ob du einen Weg ins Innere der Insel findest. Wenn wir nicht weiterkommen, helfen uns bestimmt die Tagebuchseiten meines Vaters irgendwie. Na hoffentlich. Okay, es sind nicht also nur welche für den Schatz und dessen, ähm, ähm, ja, Verschlüsselung, keine Ahnung, halt, Sicherheitssysteme. Darum werde ich sie jetzt doch liesen. 2, 3, 4, der erste fehlt. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Okay. Zum Schlüssel. Am Totenfallen nach Süden. An der Zwillingspalme nach... Ach komm, nee, erkunden kann ich selber. Erkunden kann ich noch, das kriegen wir hin. Erst wenn ich wirklich irgendwie nicht weiterkommen sollte aus unerfindlichen Gründen. Zwei Schläge und eine Riesenkrabbe ist down. Krass. Äh, nee. Ist mir ja recht egal, wie ich mich mache. Ihr sagt eh immer nur irgendwelche typischen Sachen. So, wir gehen jetzt nach hier, weil ich zumindest schon gelesen hab, dass es nach rechts lang, dass wir nach rechts sollen. Das heißt, da ich alles erkunden will, gehe ich erstmal nach links. Ist ja recht logisch. Ich mein, ich könnte es auch andersrum machen, aber... Naja. Ich gehe ja gerne immer da, wo ich hin soll zuletzt erst hin. Ist das da ein... Ach nee, das sind Fische. Das sah gerade ein bisschen aus wie eine aufgespießte Piratenflagge. Für mich zumindest. Für mich sah es so aus. Und was ist in dieser Truhe? So, wir werden es gleich herausfinden. Oh Mann. Ähm, 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 ja. Nichts Besonderes. Finde ich. Äh, ich will den rohen Fisch. Da liegt eine Banane. Oh, die können wir jetzt sogar mitnehmen. Als Proviant. Ich glaube, wir haben erst zweimal im gesamten Spiel eine Banane gefunden. Das ist wahrscheinlich das rareste Item überhaupt. Das ist das seltenste. Das ist einfach so rare, dass... Das war eine gute Spielereihe. Äh, hat eine gute Spielereihe auf dem N64 zustande gebracht. Und auf dem... Ne, die Reihe war auf dem Super Nintendo. Verdammt, ich wollte einen Rare-Witz machen, weil... Weil die Spiele... Entwickler Rare. Die haben ja früher gute Spiele gemacht. Und inzwischen gibt es ja nur noch den Namen. Mehr oder weniger, könnte man sagen. Aber der ist ja was ganz anderes. Also, mit was ganz anderem gefüllt. Hä? Was habe ich denn gerade eingesammelt? Geisterlilio. Ich dachte, ich hätte irgendwas Wichtiges gefunden. Ich finde, die Baumstümmen sehen immer noch aus wie Stein. Also diese wirklich großen zumindest. Sollte man mal vielleicht überarbeiten. Oder hätte man überarbeiten sollen. Vielleicht ist das aber auch nur meine Ästhetik empfinden, dass das so irgendwie sieht. Hallo? Nein. Hier geht es vermutlich rein in die Insel. Da meinte sie ja schon, wir sollen uns nach so einem Weg auch irgendwie die Augen offen halten. Oder nach so einem Weg umschauen. Leuchtkugel, damit können wir uns doch schönes basteln. Ich weiß nicht. Eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir auch. Oh, nein. Nicht singen. Ey. Ich wollte ihn plündern. Mehr nicht. Hier noch irgendetwas. Äh, nö. Das kleine Strandlein. Doch, da ist ein roher Fisch. Haha. Es hat sich doch gelohnt. Da hinten ist ein Versunkener, wenn ich das richtig sehe. Nein, da sind zwei. Aber den anderen konnte ich noch nicht sehen. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ja, ich hab's kapiert. Du bist auch mit von der Partie. Komm, du bist ein fucking Versunkener. Ich hab's mit Titanen aufgenommen. Schon mit zwei. Mit einem Erd- und einem Feuertitan. Wieso legt ihr euch eigentlich immer noch mit mir an? Das kapiere ich einfach nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da ist schwarzer Oleander. Da hinten war noch ein Pokopilz. Hä? Ne, ich plündere den jetzt erst. Jetzt... Jetzt will ich das, dann mach ich das auch. Ich glaube, in genau dem Moment, wo unser Held sich so zur Seite schwingt, können wir angreifen. Ich hab das... Ich schlag immer viel zu früh. Darum hab ich dieses mit dem... Das hat immer so aus, weil ich noch gar nicht richtig gesehen. In dem Moment können wir wohl auch die Leertaste für irgendwas drücken, wo ich vergessen hab, wofür es sein sollte. Den hab ich auch, den Piratenanhänger. Und ich hab noch meinen falschen Ring an. Ich hab den Ring, den ich nur für Schlösser öffnen und sowas brauche an. Das ist natürlich nicht gut. Nee. Nee. Kannst du gar nicht. Das wollen wir gar nicht hier irgendwie runterreden. Das ist ein Vergehen an die Menschheit. Das ist schrecklich. Ich hab Patty verloren. Das ist auch nicht ganz so gut. Patty? Wo ist denn die hin? Oder wo ist die stecken oder hängen geblieben? Egal. Ich glaub, ich schaff das erstmal auch alleine. Die wird schon nachkommen. Warte mal. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh dir mal diese Knochen an. Was zur Hölle ist hier passiert? Psst. Hast du das auch gehört? Was? Es kommt aus dem Fels. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Lass uns lieber abhauen. Zu spät. Finde ich aber auch. Wow. Da sind Gerüllers, wovon wir auch erst zweimal im gesamten... ...spiel eingesehen haben. Das heißt, das hier... ...spiegelt gerade meine gesamte Erfahrung mit Gorillas wieder. Na, vielleicht sind hier keine im Spiel... ...und dafür im Land der Toten ganz viel. Lande hier sind sogar drei Gorillas. Das heißt, einer mehr als ich bisher gesehen habe. Das kann doch sein, dass... ...dass wir wirklich keine gesehen haben, weil die alle tot sind. Im Bereich der Toten sehen wir sie dann dafür alle. Fünf Gorillas sollen wir töten. Heilige Scheiße. Patty, aufstehen. Da steht sie gleich wieder auf. Kamen die aus dem Boden? Ich stelle mir das irgendwie seltsam vor, wenn da so ein... ...komischer Griller einfach aus dem Boden kommt. Du hast das Tagebuch meines Vaters gefunden. Ja. Was bedeutet, dass Harlock schon mal hier war? Ich wusste doch, dass man dem Sack nicht trauen kann. Er wusste von dieser ersten Falle und hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat vielleicht gehofft, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Was machen wir jetzt? Suchen wir erst mal den Schatz. Ja, du hast recht. Geh vor, ich folge dir. Ja, ich denke, am Schiff sind genug vernünftige Leute, die dafür sorgen, dass Harlock nicht weit kommt. Und, dass er auf jeden Fall das Schiff nicht klauen kann. Oder so. Ich meine, das hat... Also sowas ähnliches hat das Lane ja mal geschafft, indem er uns verjagt hat. Aber der hatte auch selber ein ganzes Schiff. Ja. Das hat er hier jetzt nicht. Bei Plunder sind die Tagebusseiten. Auch die längste Reise hat einmal ein Ende. So habe ich schließlich meinen Schatz auf einer kleinen Insel im Süden hinterlassen, die mir unten entdeckt schien. Breitengrad 32 Nord, Lenkengrad 64 West. Unleserlich. Hm, hm, hm. Jetzt die Erkenntnis meiner größten Kaperfahrt, dass kein Gold ein gutes Talent wert ist. Hm, hm. Nicht zuletzt mit meiner Tochter Patty, die ihrer Mutter so ähnlich ist. Mögen dir meine Fehler erspart bleiben. Hm, hm. ES. Oh, schön. Willst du das Tagebuch nicht? Nein? Okay. Da habe nur ich es gelesen. Ich denke mal, hier wird der Schatz drin sein. Da will ich doch noch gar nicht rein dann. Dann will ich erst hier oben gucken. Oh, hier sind die Affen. Hallo. Ey. Ich will die Schädelblüte. Lass mir meine Schädelblüte. Ich wollte noch was sagen irgendwie. Ich weiß. Ja doch, also. Ähm. Es gab ja auch, wenn man sich die Stabart Schatz Edition gekauft hat, welche ich nicht habe. Ich habe nur die normale Collectors Edition von Nosen 2. Dann gab es dazu eine geheime Notiz, die aber nicht für diesen DLC hier ist, den wir gerade angehen, den Stabart Schatz, sondern für den Lufttempel. Da gab es eine Notiz dazu, die zeigt einen Brief, den der Held, oder der ihn irgendjemand von Eldrick bekommen hat. Und den wollte ich auch noch lesen. Ich habe es bisher versäumt. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Schwertdorn. Yeah. Ich denke, das werde ich vorlesen, wenn wir das nächste Mal an die Quest rangehen. Nur, dass ich das nicht vergesse. Wollte ich es gerade noch mal echt laut gesagt haben, damit ich... Weil dann kann ich mich besser daran erinnern, wenn ich es gesagt habe wirklich und nicht nur gedacht habe. Weil ich dann auch irgendwie so... Naja, in der Pflicht stehe, das auch wirklich einzuhalten, weil ich es gesagt habe. Weil zumindest ich stehe in keiner Pflicht, aber... So kommt es mir dann mehr oder weniger vor. Ihr wisst, wie ich das meine, nehme ich an. Hallo. Gehen wir hier runter? Hallo, ihr Äffchen. Ja. Jetzt seid ihr nicht mehr so toll. Was? Hahaha. Ich mache euch fertig. Was haben wir hier drin? Oh, viele grell leuchtende Steine. Und ein Pokobilz. Ich will immer noch nicht mit dir schmusen oder reden oder... Also doch, aber... Nicht jetzt. All dies, aber nicht jetzt. Das fässt meine Gefühlslage, glaube ich, sehr gut zusammen. Also die meines Helden, nicht? Ich schlüpfe ja nur in den Charakter. Äh, ich meine, rechts sollen wir lang gehen, aber ich will eh alles abklappern, von daher ist es egal, dann gehe ich erstmal links lang. Ich wette, da werden die Wände jetzt nicht auf einmal zusammenfallen und ich werde sterben. Das wäre ja seltsam. Ich meine, da muss man nach rechts. Das war doch... Oder war das... Ja doch, das war, glaube ich, dafür gemeint. Ähm, am Anfang gab es ja noch diesen einen Weg auf die Insel. Da mussten wir uns ja nicht für eine Richtung entscheiden. Seht ihr, hier kriegt man sogar eine Grabwurzel. Und davon will sie einen abhalten. Oh, jetzt habe ich... Das erste Mal, glaube ich, so eine Pflanze gegessen, die uns über Zeit heilt. Eine Kiste. Also kein Fake-Schatz oder so. Oh, das hier leuchtet seltsam. Giftring. Guck mal, seht doch mal, was man hier kriegt, wenn man erforscht, Patty. Ich brauche die Tagebuchseiten nicht lesen. Hm. Können wir ja gleich mal machen, wenn wir an der nächsten Stelle sind. Den ersten habe ich ja schon gelesen. Den zweiten habe ich, glaube ich, auch gelesen. Aber den habe ich noch nicht richtig verstanden. Ich glaube, da braucht man den Kontext. Hoffen wir mal, dass wir falsch gehen. Da rechts sehe ich eine Narrenkappe. So, was birgt sich in dieser kleinen Kiste? Ein Blutdorn, Rum und Jadestein. Narrenkappe nehme ich gerne. Ich als kleiner Dieb. Komm, Patty. Das war leider, leider auch der falsche Weg. Eigentlich wollte ich es ja so. Ich glaube, der erste Hinweis gilt hier immer noch, dass man sich einfach rechts hält bei beiden Abzweigungen. Hier ist eine verschlossene Kiste. Die öffne ich mal. Denn das ist es, was mir mein Diebestum vorschreibt. Mein Diebessein. Findest du eine verschlossene Kiste? Dann öffne sie und schnapp dir den Inhalt. Und hab Spaß damit. Und gib nicht alles auf einmal aus. Da steht er. Ja, hat man damals mit einer Post bekommen, wenn man sich für das Diebsein entschieden hat. Auch eine Stichwaffe brauche ich doch nicht. Und das kann man nicht lesen. Okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass man da den Hinweis lesen kann. Boko Bills. Immer noch ein wunderschönes Wort. Okay, wir haben es durch diese Höhle erstmal durchgeschafft. Ich glaube, man hat auch keine Karte von dem Gebiet. Finde ich aber auch gut. Ich meine, hier geht es ja um eine Schatzsuche. Soll man da nicht die Insel einfach so... Naja... Endlich haben wir diesen Berg hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier besser ist. Ich erinnere mich an dieses Rätsel. Die Hinweise meines Vaters weisen uns den Weg. Sehen wir uns mal in den Mangroven um. Aber sei vorsichtig. Er weiß, was hier herumkriecht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es besser, wenn man hier vielleicht erstmal einfach ohne Karte rumschleicht. Aber ich glaube gerade, wir haben... Ne, wir haben immer noch keinen. Ich dachte gerade, wir hätten einen Schnellreisepunkt bekommen und damit dann hier auch eine Karte. Haben wir nicht, finde ich gut. Achso, jetzt können wir den Hinweis lesen, den zweiten nochmal. Blunder, blunder, habe ich gesagt. Achso, das... Ah, jetzt verstehe ich auch den Hinweis erst. Es gibt Fallen im Boden. Ja, der rechte Weg führt heraus. Okay. Dann nehmen wir jetzt die dritte Seite. Zum Schlüssel. Am Totenfall nach Süden. An der Zwillingspalme nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolithen nach Süden. Okay, also erstmal muss man sich den Schlüssel holen. Und dann zum Glück. Das ist vielleicht auch ganz... Also wahrscheinlich, der Schatz. Und wahrscheinlich ist es auch ganz sinnvoll, dass wir jetzt erst den Schlüssel machen. Ähm, damit wir jetzt nicht rumirren und dann irgendwann bei der Kiste sind ohne den Schlüssel. Am Totenfall nach Süden. Mhm. An der Zwillingspalme nach Norden. Auch am Grab nach Norden. Süden, Norden, Norden. Gut, dass ich noch keinen dieser Orte gesehen habe. Achso, hier kommen wir raus, ne? Was haben wir da vorne ist? Na, da ist zumindest noch etwas. Okay, anspruchsvolle Gegner inzwischen. Nicht mehr irgendwelche Sand... Sandviecher. Sandteufel. Habt ihr auch was bewacht? Echt gar nichts? Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wie viel Ruhm habe ich inzwischen? Zehntausend wieder. Okay, es fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir auch Klingen auf... Maximum auf zehn. Ich kann den Alligator plündern. Ach, die Zähne kann ich ihn rausreißen. Na gut. Ich dachte, die könnte ich nicht plündern. So, dann bleibt uns jetzt erstmal nur noch dieser Weg. Und dann versuche ich mich an die Hinweise zu erinnern, damit wir erstmal Richtung Schlüssel gehen. Ah, da muss ich denn ja den Kompass einblenden. Wollen wir das mal für diese Indische hier machen? Und die Textur ist unglaublich unschön. Nein. So, jetzt ist der Kompass eingeblendet. So macht man es. Norden nach oben ausrichten. Dann ist Süden da. Weiß jetzt aber gar nicht mehr, wann ich nach Süden sollte. Nö, drei. Am Totenfall nach Süden. Ist das hier ein Totenfall? Da ist ein Grab. Nehmen wir mal an, dass hier ist ein Totenfall. Okay, nein. Nehmen wir es nicht an, denn hier ist eine Sackgasse. Ein kleiner Räuber, der sich verirrt hat. Aber er hat seinen Hab und Gut schön ordentlich entsorgt, bis auf das, was wertvoll ist und das neben seine Knochen, also neben die Stelle platziert, wo später seine Knochen liegen werden. Freundlich von dem Herrn. Ich will nicht mit dir reden, Patty. Es tut mir leid. Du bist bestimmt ein netter Mensch und so, aber... Nee. Da ist der Totenfall. Gib mir Gold. Die Natur steht hier bestimmt nicht zufällig. Das ist mir recht egal. Hier gibt es Gold. Und eine Geisterleer. Wir sollen nach Süden hier. Okay, das ist in die Richtung. Dann machen wir das. Äh, meine Nase juckt. Da bringt uns der... Also der Kompass bringt aber zu natürlich was und so, aber... Naja. Ich nutze ihn halt nicht so krass, weil ich finde, dass er unnötig noch ein bisschen Interface dazu macht und ich mag Interface bei Rollenspielen. Eher minimalistisch. Weil ich finde, das hilft nochmal, sich reinzufinden in die Spielwelt. Da sollen wir nach Norden gehen. Bei der Zwillingspalme nach Norden. Und beim Grab auch nach Norden. Ich werde es natürlich erst plündern. Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zweimal entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Ja, klingt nach dem Plan. Genau das hatte ich aber auch schon gesagt. Ich finde es schade, dass man Gräber nicht mehr ansprechen kann und Ruhe und Frieden sagen kann. Das war doch irgendwie noch ein bisschen cooler, als die einfach nur da zu sehen. Wir werden natürlich auch die ganzen Teile der Insel erkunden, die wir jetzt gerade auflassen. Also diese ganzen Teile. Dieses bisschen vom Sumpf, was wir jetzt nicht angegangen haben, weil mich die Richtung dort nicht hingewiesen hat. Das werden wir auch noch machen. Keine Angst. Keine, keine Angst. Hä? Kommt da schon wieder einer von diesen versunkenen? Und da ist er schon. Futsch. Hehehe. Hier? Nein, hier ist nichts. Ich glaube, da vorne hat was im Wasser gefunkelt. Okay. Dann würde ich sagen, liegt da vermutlich laut deiner Aussage irgendwo der Schlüssel? Wo hast denn du da was funkeln gesehen? Äh, dich wollte ich nicht ansprechen. Ich habe wild mit der Maus geklickt. Nur von dem Fall, dass ich was übersehe, was du siehst. Eine Fluchpuppe. Du willst jetzt nicht behaupten, du konntest bis hier hinten hingucken. Da hat nichts im Wasser gefunkelt. Schatzkarten gibt das. Okay. Ganz viele Gräber. Die werden vermutlich alle ausgehoben werden müssen. Das kennen wir ja schon mit den verschiedenen Gräbern. Vielleicht gibt es da dann noch ein Rätsel. Das dritte Rätsel. Das werde ich mir dann auch durchlesen. Aber erstmal öffne ich diese Kiste. Das war ja nicht so schwer. Wo funkelt hier was im Wasser? Aber den Schlüssel haben wir jetzt ja. Also habe ich wahrscheinlich auch nichts übersehen. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für das Erste mit der Schatzinsel. Beim nächsten Mal geht es weiter. Im hundertsten Part. Uh, eine tolle Zahl. Ja. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.